ARD Text im Auftrag von Funk Wo ist der zweite? Chrissy der müsste auf deine Seite pushen Ich hab schon an Noch einer Noch einer Ist der an meinem Fenster? Jetzt vor mir Lauf rechts ruhig Nein Okay Nein, nein, der ist da drinnen, der hat so viel gedankt. Hey, wohin hauen die die ganze Zeit Nades? Ich hab keine Ahnung. War das ne Flashbang? Tot. Äh, Heidi Böttcher macht schon keinen Schaden, oder? Alter. Wo ist der Typ denn? Ich hab ihn grad gesehen. Ja. Da ist er aus, schießt! Oh nein. Nein. Ist das dein Ernst? Der hat uns gesehen. Chris, schieß ihn ab, der steht links am Baum. Töte ihn. Danke. Ey, pick neue Geräte, nur Tobi, lauf hin! Ne. Das ist doch vor allem nur eine Straßenseite, Junge, die werde ich nie kriegen. Na doch, wenn die Kamikaze die töten, sind zwar sogar schon. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Die OTS macht halt echt One-Hit auf den Kopf. Ja sicher. Wurde gerade einer auf dich schießen? Habe. Tobi ist das. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen, das. Neben mir Tiger mit einem OTS-Bomb. Nigga. Nigga. Hab an. Ich bin grad im Traden und die ist einfach abgekackert. Ich hasse dieser Fotzer. Ich hasse Tobias. Danke. Hab den. Ich kann mein Headset nicht ganz aufziehen. Ich hab meine Haare. Nummer 6. Such dich einfach aus. Du bist hier. Da rein Kotter, da rein. Hab ihn. Wo? Schon tot auf der Strasse war Kotter, ne? Hab ihn. Einen. Nummer 6. Bruder. Ey. Die haben genauso einen wie Wushy. In ihrem Team. Der gibt auch nur diese Level 6 Magier, ne? Das eine Mal, bis ich meine Bogenschüsse gefickt habe. Junge, da hatte ich schon die Heimarmee weg. Äh, ja. Das Problem war einfach nur... Wirklich, dass ich diese eine Scheiße dort hatte. Ich hatte Mauerbrecher. Tobias. Hab an. Seht der mit einer gesighted Waffe oder was? Ja, ja. Ich seh nur seinen Kopf und geb ihm einen Normal-Hit. Wollt die mir sagen, wo er ist? Ja, nein. Ich draußen sollte. Hab ihn. Nein, ich hab ihm einen Headshot gegeben, Tobias. Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Leute. Ach, ihr seid hinter dem Bär? Ja. Auf dem Bär. Auf dem Bär. Hitmarker. Das ist nur einer, das ist nur einer. Ey, warte mal, ich will mitschießen. Hinterm Baum ist nur einer. Nice. Tobi, was hast du mir da geschickt? Ey, ich hab dem aber auch viele Hitmarker gegeben. Also einen ist da direkt und einen links hab ich die ganze Zeit angeschossen. Ey, schaut direkt hinter euch wieder, ne? Schade, dass man richtig durch die Wand laufen hat. Ey, ich hab ihm roten Hitmark gegeben. Er hat drei Hits von mir gekriegt. Ich hab ihm einen Headshot gegeben. Ja, ich hab ihm drei Hits gegeben.